In einem früheren Video hatte ich eine Vorrichtung gezeigt, mit der sich neue Klavierhammerköpfe sehr einfach und schnell einleimen lassen. Diese Vorrichtung musste allerdings mit Schrauben an den Hammerstielen befestigt werden und war recht kompliziert. In diesem Video zeige ich meine neu entwickelte Einleimlade, die viel einfacher aufgebaut ist und sich auch wesentlich schneller installieren lässt. Als Auflagefläche dient nun ein Winkelprofil, welches durch Magnete und eine vordere Leiste an die Hammerstiele angeklemmt wird. Dabei wäre es sogar theoretisch möglich, die vordere Hammerruheleiste dran zu lassen. Nachdem die alten Hammerköpfe entfernt und Probehämmer gemäß der optimalen Anschlagslinie eingeleimt wurden, wird das vordere Winkelprofil an der Vorderseite der Hammerstiele angesetzt und mit der hinteren Leiste an den Hammerstielen festgeklemmt. Eine Kombination aus starken Magneten und speziellen Anti-Rutschauflagen hält die Vorrichtung sicher an seinem Platz. Durch Wahl der richtigen Größe der Magnete ist es aber trotzdem möglich, die Leisten mit etwas Kraftaufwand an den Probehämmern auszurichten. Um nicht ständig mit einem Winkel die Rechtwinklichkeit der Hammerköpfe überprüfen zu müssen, habe ich ein mit FUSEN 360 erstelltes Linienmuster auf die Oberseite des Winkelprofils aufgeklebt und versiegelt. Die Hammerköpfe werden nun beim Aufstecken anhand dieses Linienmusters gerade ausgerichtet. So ist sichergestellt, dass diese genau rechtwinklig die Seite treffen und weniger Nacharbeit durch Anpassen des Scheitels notwendig ist, wenn diese leicht schief stehen und nicht alle Seiten gleichmäßig berühren. Beim Abnehmen der Einleimlade wird die gerade Leiste nach vorne weggeklappt und kann dann leicht abgenommen werden, da die Haftkraft der Magnete dann stark reduziert ist. Die Anwendung im Bassbereich ist die gleiche wie im Diskant oder der Mittellage. Es gibt Mechaniken, die über eine mittlere Mechanikstütze verfügen. In einem solchen Fall könnte man diese Stütze ausbauen, sofern dies einfach möglich ist. Oder aber man stellt sich diese Einleimlade in der benötigten Länge her. Die Metallprofile gibt es als ein oder zwei Meter Ware. Diese langen Leisten könnte man fertig über die gesamte Länge mit den Anti-Rutschstreifen und dem Linienmuster ausstatten. Bei Bedarf können dann Abschnitte mit der Kappsäge der benötigten Länge hergestellt werden. Nach einiger Zeit hat man für die meisten Standardmechaniken dann Leisten in der passenden Länge. Die Hammerköpfe werden zunächst trocken aufgesteckt. Wenn alles passt, kann mit dem Einleimen begonnen werden. Ich verwende gern Knochenleim, da er glashart aushärtet, ein gutes Füllvermögen hat und spaltüberbrückend ist. Diesen Knochenleim stellt man mit der entsprechenden Menge Wasser von der Viskosität so ein, dass er nicht am Hammerstiel herunterläuft. Wenn alle Hammerköpfe eingeleimt sind, wird die Auflageleiste weggeklappt und von etwaigen Leimresten gesäubert. Es verbleibt während dem Trocknungsvorgang in abgeklappter Stellung und hält das Winkelprofil in Position, damit die Hammerköpfe nicht nach unten absacken können. Mit einem auf die Hammerköpfe aufgebrachten Klebeband wird zudem verhindert, dass sich die Hammerköpfe während dem Trocknungsprozess leicht verdrehen. Hier beim Einleimen der Basshammerköpfe. Der Leim wird so angegeben, dass ein gleichmäßiger Leimring beim Aufdrücken des Hammerköpfes entsteht. Auch hier wird die vordere Leiste um 90 Grad weggeklappt. Anhaftende Leimreste lassen sich sehr leicht entfernen, da Knochenleim schnell erkaltet und damit geliert, wenn er mit dem Aluminium in Kontakt kommt. Es besteht somit auch keine Gefahr, dass die Leiste festklebt. Das Abnehmen der Leiste geht sehr schnell und einfach, ohne irgendwelche Schrauben lösen zu müssen. Es empfiehlt sich, die Leiste in einer gefütterten Tasche oder ähnlichem aufzubewahren, weil die verbauten Magnete natürlich Metallgegenstände stark anziehen. Und hier noch einige Bilder von den fertig eingeleimten Hammerköpfen. Diese Vorrichtung kann bei mir wie immer per E-Mail oder telefonisch bestellt werden. Wenn das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen.